ach ich muss außerdem gucken nein ich wollte nein ich wollte kommen mache 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 ich nicht ganz zeit feldstunnel wo ist er da ist er gute zehn haben wir als deutschland gerade meine stimme aufnehmen ich weiß es nicht um während der leben am antropo macht das taubbos schlug die rp aus traub äther in dem baum zuerst im ausgang des festen ohne zehn verbindet die ha unschützt also hier zieht die ausgehen rote 9 lavande allerdings indirekter man zu sagen aus hier ist das kraftwerk ich fühle mich von vielen beiden verschärft das ist ein baum darstellen sieht aus dem stein top äther aha ja 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 trainer schild fest wie viel trainer denn noch ha 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 hatte ich gerade gelacht ich wollte gucken was sich wird Pokémon gibt nun haben wir schon haben wir schon haben wir schon und ob mir heute beginnt zu nicht mann mit Ziele gibt sie aber aber fragezeichen was ein fragezeichen heißen Aber hier gibt es anscheinend einen Magen-Tilo, wenn man es fangt. Gut, wenn man es fangt, Magen-Tilo. So, Kleinstein. Lightning. Wie viel AP habe ich denn noch für... ...Mega-Heap, äh, Fußgick 3. Ich geht, ich geht. Muss ich einen Top-Eder aufbrauchen oder was? Ich geht, ich geht, ich geht. Ein E-Klappung ist ja auch nicht sehr viel. Fußgick. Ich bin ein anderes Pokémon und es geht in keinen Stein-Pokémon. Ja, super. Ach, bin ich doof, wenn ich jetzt... Also, wenn mir Fußgick ausgeht, dann wäre ich an den Fasserweiter-Gämpf. Bin ich doof. Ich habe doch Altermann-Thai-Mai dabei. Daher... Ha, ha. Ha, ha, ha. Tschi. Ach so. Der muss die ganze Zeit niesen, ha. Diese verdammte Erkältung. Ja, ich war erst, dass ich die Erkältung angefangen. Und noch mehr Wanderer. Sehr ruhiger schweigt. Ah, die Berg-Luft ist so wundererfrischend. Das eine Musik ist sehr m tekst. Und ein Onyx. Los Lightning, da kommen wir und wechseln, Kamikaze, Tausch, los Kamikaze, hat auch schon auch meine HP verloren, Klamergriff, oh Gott, wie geht's, Volltreffer, wow, ja, das heißt ich habe einen Klamergriff, geht auch, Fuß Kick, und ab, ja, ja, also, jetzt kommt, Adamantai, mal dran, Georock, also, Adamantai, komm her, Adamantai, los, Adamantai, Aquaknarre, und schüss, ich kann wieder klar denken, schön, ich habe von Bergklopf die Nase gestrichen voll, also, gehst du das mal in deinem auf, oder was, oh, was haben wir hier noch, wir haben nix, wir haben noch einen Trainer, und hier ist anscheinend da unten irgendwas, hey, du, möchtest du meine Pokémon sehen, ja, ich muss sowieso nicht mal aus dem Kreis, jetzt bin ich gekommen, Entschuldigung, weil ich mich kostkatzen musste, oh, schon, ja, Pokémon ja nicht, besonders, Tragosso, Boden, hab ich, warte mal, jetzt zu viel, ich weiß, auszugeben, Bogen, effektiv, äh, nee, halt, oder, keine Ahnung, aus, na gut, äh, glüber, mal gucken, keine Ahnung, gerade, mhm, oh, ist sowieso sehr effektiv, äh, hatte ich das mal früh, aber es ist nur gut, tackled, na, oh, bist du daneben, äh, ja, ist schon knochenteuer, Bombs, komm, stopp, und das zeigen wir uns auch noch später aus, und dann haben wir irgendwo einen Knogger, ach, schön, da haben wir einen Fleckmon, wird gewechselt, Lightning, wie oft ich will die Pokémon wechseln, schlimm, 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 Donnerblitz, oh Gott, ich gucke uns auch bald aus, eeuu, ekelhaft, ekelhaft, ich will ins Pokémon Center, äh, 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 Mami, und das ist eine Initiative, Donner, boah, ja, komm, wie kennen die AP aus, ja, Donnerblitz, weg damit, yo, Donner, und, lernt Donner, ha, 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 yes, baby, yes, sehr gut, ja, ja, nein, an der Pokémon, ja, Taubus im Pokédeuer, ich nehme dir übel, dass du mich besiegt hast, oh, heul, heul, sniff, sniff, was ist das für ein Gebäude, ah, ja, ja, so, Geisterspuken im Pokémon Turm, ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die Team Rocket auf dem Gewissen hat, ich muss mir noch ein Mikrofon besser platzieren, aber nicht geht das jetzt so, so, also, Pokémon Center, viel Spaß übrigens jetzt mit der Musik, Lupin, so, Sorge in der Stadt sind, da kostet direkt auf dem Kopf eine Schildermaske, man zahlt dafür eine Menge Geld, und ich hatte es da schon nicht nur, die Musikinnere, und ihr müsst ihr hören, Team Rocket würde für Gold alles tun, was heißt, dass sie hier sind, oder was, ich habe gesehen, wie Tragossos Mutter vergeblich versuchte, Team Rocket zu entkommen, das war gerade komischer Blogsatz, die heilen es mal, oh ja, ich habe das Ganze erst einmal stumm gestellt, die Musik, das Ganze eh hier, Musik ist, und auch die, die Farbe hier von der Stadt, die ist sehr seltsam, sagen wir es mal so, gut, dass ich die Musik nicht hängen muss, ich habe Kopfschmerzen von der bekommen, als ich die mir angehört habe, leichte Kopfschmerzen, aber zwar nur, aber trotzdem Kopfschmerzen, so, Lavandiat, edle, violette Stadt, und mit komischer Musik, mögen die Seelen der Pokémon, im Pokémon-Turm Frieden ruhen, da müssen wir aber noch ein, glaubst du an Geister? Nein, haha, natürlich nicht, und diese weiße Hand da auf deiner Schulter, ist natürlich nicht echt, Was? Ach, äh, das sollte Verarsche sein, diese Stadt ist ja als Ruhestätte für Pokémon bekannt, in Pokémon-Turm werden Andachten gehalten, ach ja, Lavandia, Pokémon-Haus, gehen wir mal hin rein, dann müssen wir es mal mit dem Geiles, Mr. Fuji ist nicht zu Hause, wohin mag er gegangen sein? Na, vielleicht, spazieren? Nidorino, Nidorino, großes Pokémon-Gewinnspiel, es sind keine Teilnehmerkrankten mehr vorhanden, sie wurden alle abgeschickt, und ich hoffe, man versteht mich noch, weil, es ist nicht sonderlich nah am Mund, das Mikro momentan, das hier ist Mr. Fushis Haus, er ist sehr fürsorglich, er kümmert sich um ausgesetzte, verweiste Pokémon, ich hoffe, ich meine, versteht mich dann, enttauen, 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 fangoreal, anspielen, noch mehr Pokémon, Torgosso, ah, schön, ich hasse den Rocket, Torgosso's arme Mutter, sie konnte den Rocket einfach nicht entkommen, oh, die haben sie getötet, oh je, das ist nicht möglich, die Porsche, muss man schon sagen, hallo, ich bin der offizielle Namen bewertet, soll ich die Spitznamen deiner Pokémon werten? Nein, komm vorbei, wenn ihr mal magst, wir müssen noch mal ins Pokémon Center, ihr wisst warum, oder? erstmal gehen wir ins Pokémon, ihr wisst hoffentlich warum, ich hab ja ins Mapbo gefangen, und das soll ich vergessen zu benennen, also, ich suche nach Items, die die Fähigkeiten meiner Pokémon während eines Kampfes zu verbessern, zum Beispiel, X-Angriff, X-Abwehr, X-Tempo und X-Spezial, weißt du wo ich sie kaufen kann? In... Pris... ne, nicht Pris-In-Liner-City, ähm, die Kaffee da vorne, das ist glaube ich, kennst du den Belieber, damit kannst du bereits besiegten Pokémon dir Kraft geben, ich will nix wieder, hallo, kann ich wehflich sein, ja, was verkaufst du denn? wow, das ist, so, super Trank, Fluchtzeil, Superschutz, gegen Gefeuerheiler, Gefeuerheiler, also Appara Heiler, ah, schön, wie viel haben wir denn davon? ähm, Item, Voller Heiler, drei Stück, äh, sonst nichts, ich kaufe mal, Feuerheiler mit zwei, ähm, oh Gott ist das teuer, Eisheiler mal fünf, wenn man das nicht arbeitet, 250, eine Fresse, Paar Heiler mal drei, da hab ich mich eher ganz verbraucht davon, ich will mir ne Gegengifft, Gegengifft habt ihr gut, brauchen wir mal fünf Stück, so, und Super Trank vielleicht, hm, drei Stück, so, ich hab ja nur genug Geld, von daher, da haben wir eigentlich grad die, äh, Spice Room gepackt, vielleicht wegen der Beta, Beta Musik, also wir holten noch mal ins Pokémon Center, und das ist wahrscheinlich ganze fünf Minuten, ich bin gespannt, wie lange man das dann aushält, aber ich glaub, das denkt man einfach, wenn man meine Stimme hört, gut, ich, und ihr, Bild's PC, hm, Pokémon ablegen, ach so, Box wechseln, äh, Box, hm, Boss, Box wechseln, so, Pokémon ablegen, Gürtel, ablegen, Pokémon mitnehmen, nein, Boss, Box, nicht Boss, Box wechseln, ja, Box 1, Pokémon mitnehmen, wo ist, wo, Smepo, Smepo ist da, lass mich überlegen, wie nimmt man dich denn, hm, 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 äh, wenn ich das das wüsste, wie nimmt man dich denn, hm, 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 namenbewerten, spitznamen bewerten, welches Pokémon, Smepo, hm, äh, schöner Name, gefällt dir den immer noch, und möchtest du ihn ändern, Namen ändern, ja, wie soll der Name lauten, hm, 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 nehmt man einfach mal nach, nur ein, Hassviecher nachts, oder weniger Hassviecher, Nacht, Fall, Nachtfight, einfach, weil es anders was nicht, Nachtfight, so, also Nachtfighter soll es eigentlich heißen, ok, der Name des Bromann ist Nachtfighter, ein noch schönerer Name als zuvor, ja, auf jeden Fall, so, war das wohl die Musik, die geleckt hat, nein, also, ich, ja, momentan nichts, also, äh, es ist eigentlich ein bisschen unfair, dass ich es nicht aussetze, aber, du kannst es sich dann nach Kopfschmerzen haben, aber ja, schon die Vorstellung, dass ich das höre müsste, so, für uns sagt mir schon und wohl, ja, man mag, zwar ist mein, äh, schönst dummes Gerede, aber hält man die Musik schon lang, dann geht es uns irgendwann auch nicht mehr gut, ganz ehrlich, so, welches Punkt man nimmt jetzt eigentlich mit, 21 Level 30, auch Lady, Shokobo, Hebes, Fußträter, ähm, nehmen wir mal, äh, Sturzgeil wieder mit, mitnehmen, das muss ich, achso, sowieso nicht, na gut, ich muss mein ganzes Team sowieso dann trainieren, auch Level 40, so, also Lightning, das ist ja schon Level 40, guuu, oder, also im Lavandia Tom ist man noch nicht hin, wir müssen erstmal nach Sifronia City und Silph Coe besorgen, aber wenn wir jetzt in Lavandia Tom gehen und gegen Geister Pokémon kämpfen, auch gegen die Pokémon dort, gegen die Wilden, dann sehen wir nur Geister und vor den Geister haben unsere Pokémon Angst, so, gut, wir, ich werde jetzt, wie gesagt, erstmal Leveln, und dann sehen wir uns am Ausgang von Lavandia wieder, nach unten, glaube ich, müssen wir, und dann, ja, genießt noch ein paar Sekunden, in Anführungsstrichen, genießt noch ein paar Sekunden die Musik, ich speichere ab, einfach zwischen Spielzeit, wie holy moly, ja, und die Schuhe haben wir's, wir haben's, 14.18, okay, haben wir genug aufgenommen für heute, ich werde ja noch ein bisschen Leveln, wir sehen uns dann das nächste Mal bei, Let's Play Pokémon Cape, auf Wiedersehen.